Ja, Submerged. Eine weitere Folge. Wir sind, ja, auf dem Weg, äh, ja, um Tacos Wunden zu heilen oder zu säubern, müssen wir jetzt wieder ein Überlebenspaket sammeln. Und, ähm, ich werde mal die Geschichte nochmal so ein bisschen analysieren, weil ich hab vielleicht die Befürchtung, dass wir es vielleicht später nicht mehr können. Deswegen probieren wir es nochmal. Also, wir wissen, wir haben auf jeden Fall auf Stelz in einem Haus gewohnt. So, eine glückliche Familie. Dann ist der Vater auf Reisen gegangen mit einem Boot, hat gefischt und hat dann Essen besorgt für die ganze Familie. Dann ist die Mutter losgezogen, weil der Vater vielleicht, äh, vielleicht, vor allem Fleisch, vielleicht nicht konnte oder vielleicht sie sich abwechseln wollten. Dann zog ein Sturm auf und die Mutter, ja, ist ertrunken. Ja, dann waren sie leider nur noch zu dritt. Der Vater kam damit nicht klar, hat quasi den ganzen Zeit nur getrunken. Und, ja, die Kinder waren quasi so ein bisschen auf sich schon gestellt. Danach, ja, er hat irgendwie was getrunken, was ihn dann quasi, ich glaube, böse machte. Und schickte quasi, ja, die Kinder weg. Und hier war er dann ganz sauer gewesen und, ja, die Kinder waren von nun an dann ganz auf sich gestellt und sie schickt. Er schickte sie, ja, mit dem Boot dann weg, so wie wir jetzt quasi auch unterwegs sind. Wir sind wahrscheinlich diese zwei Kinder. Ja, müssen wir mal schauen. Das... Bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir werden jetzt natürlich auch wieder ein bisschen mehr, äh, hallo? Ein bisschen mehr Story spielen. Und... Ich hab ein bisschen die Befürchtung, dass mein Controller sich verabschiedet jetzt irgendwann. Sollte das passieren, äh, muss ich leider das Let's Play natürlich abbrechen. Aber ich hoffe natürlich nicht. Äh... Der lenkt überhaupt nicht mehr richtig. Hallo? 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 Oh, geh weg! Geh weg! Was ist denn los hier? Ich glaube das nicht. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ich glaube da oben war noch ein Überlebenspaket. Das müssen wir ja noch mal eben auf die Karte eben schnell geguckt, genau. Dann gehen wir uns erstmal das Paket holen. Dann können wir vielleicht von da oben nochmal schauen, ob wir nochmal ein paar Bücher finden. Uah! So. Sehr schön. Das ist natürlich jetzt schon wieder ärgerlich, dass ich jetzt schon wieder einen neuen Controller brauche. Ist mittlerweile, glaube ich, schon der dritte oder der vierte von der Playstation 4. So. Hinauf. Aufs Gebäude. Und Tacos Wunden zu resäubern, müssen wir wahrscheinlich Desinfektionsmittel organisieren. So. Ich glaube das Überlebenspaket war ganz oben gewesen. Natürlich, wo soll's auch... Wo soll's auch sein? Das ist schon die Frage... Ich glaube, da müssen wir langen. Hallo? Ist schon so ein bisschen merkwürdig, wenn der Controller so macht, was er will. Teilweise. Ich versuch's natürlich mir nicht anmerken zu lassen. Ganz klug scheißhaft. So. Auf geht's. Keh, verdammt. Wo haben wir denn noch Bücher? Ich habe in der Pause noch mal so ein bisschen geschaut gehabt, ob ich vielleicht die Bücher so vorab schon mal so ein bisschen finde und erkunden kann. Und dann halt, dass ich euch da die Reise mitnehmen darf. Aber ich habe leider nichts gefunden. Ich bin, glaube ich, die ganze Stadt abgefahren. Vielleicht finden wir ja gleich. Ich werde hier nochmal das Fernglas noch mal auspacken. Das war das erste Gebäude, wo wir waren. Nochmal genau schauen. Ihr habt's wahrscheinlich schon... Wahrscheinlich viel, viel mehr entdeckt wie ich. Ein Buch oder so. Weil ich ja total blind bin. Und wieder nichts sehe. Nun gut. Ich glaube, hier können wir jetzt nichts entdecken. Vielleicht hier nochmal, irgendwie nochmal schauen, eben schnell. Okay. Gut. Gehen wir weiter. Was gab's denn hier? Ach, hier kommen wir gar nicht weiter rauf. Okay. Na toll. Ach doch. Nee. Hä? War hier nicht gerade noch eine... Boah, ist das verwirrend. Mit der Textur jetzt gerade. Ich dachte, da wäre jetzt irgendwie so eine... Ja, Regenrinne. Aber dem war nicht so. Na gut. Dann... Müssen wir doch rechts rum. Um nach oben zu kommen. Zum Überlebenspaket. Hallo. So, jetzt aber. Ich schaue immer so ein bisschen rüber, ob ich, wie gesagt, vielleicht doch so ein Überlebenspaket finde oder sehe. Ich glaube aber... Ich glaube aber... Oder? Und jetzt leuchtet auch nichts. So. Weiter geht's. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, welches Gebäude es ist. Stimmt. Kannst dich wahrscheinlich auch noch dran erinnern. So. Jetzt weiß ich natürlich... Ich war mir jetzt natürlich nicht sicher. Also viele werden sich jetzt wahrscheinlich fragen... Alter, warum hast du die Pakete nicht vorher gesammelt? Es geht auch vorher. Ja, das wusste ich doch nicht, Mann. Das weiß ich doch nicht. Also, ich war mir jetzt nicht sicher, ob... Wie gesagt, ob man vielleicht dann später nochmal die Stadt erkunden kann. Das... Das kann ich ja nicht sagen. Ich weiß es ja nicht. Weil nachher sammle ich die Pakete ein, hab die Story durchgespielt, hab gerade mal 5 Folgen vielleicht, äh, als Video. Toll. Da habt ihr auch nicht viel vom Spiel gesehen. Super. Aber wenn, dann möchte ich euch ja gerne mitnehmen, ihr... Ganz oder gar nicht. Boah. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich, glaube ich, auch totalen Shit erzählt. Das ist Folge 11 oder so. Da war es, glaube ich, Folge 10. So. Das müsste normalerweise eigentlich jetzt... Folge 12 sein. Wenn ich richtig rechne. Wenn ich richtig rechne. Es kann natürlich sein, dass wir irgendwo auch ein Buch vergessen haben, auf dem Gebäude, wo wir schon waren. Das kann natürlich auch möglich sein. So, hier vielleicht nochmal mit dem Fernglas nochmal gucken. Irgendwas, was leuchtet vielleicht. Dann systematisch alles absuchen. Das wäre das vielleicht irgendwo Lenzen-Kamera? Ich sehe aber auch nichts irgendwie, wo noch was aufleuchtet. Na, vielleicht sind die letzten fünf Geschichten vielleicht auch Story-basiert. Ich weiß es natürlich nicht. Ich kann es ja nur vermuten. Und mutmaßen. Hier drüben vielleicht nochmal geschaut. Ah, schau mal eine an. Jawohl, wir haben noch ein Buch gefunden. Und ist da hinten? Ne, da ist Wasser. Alter, ich werde bekloppt. Wir haben noch ein Buch gefunden. Das werden wir uns natürlich holen. Und das... Ach, das ist oben auf dem... Siehe ich das richtig? Tatsache, das ist oben auf dem Turm, wo wir die ganze Zeit sind. Also, wo unser Bruder liegt. Na, das ist ja interessant. Da bin ich mal gespannt, wie wir da raufkommen. Aber erstmal... Schau ich nochmal hier. Ja, aber ich glaube... Gut, dann werden wir das nächste Buch dann gleich holen. Aber erstmal ein Überlebenspaket wieder. Sehr schön. Natürlich haben wir Desinfektionsmittel gefunden. Was wir natürlich passend brauchen. Und... Ähm... Es sind mittlerweile schon sechs. Das sind wahrscheinlich die Backstreet Boys. Hat der einen... Hat der einen grauen Arm? Oder mal... Ach nee, das war nur, ich glaube... Eine komische Textur gewesen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir uns auch so verwandeln. Ja, und dann schwammen die beiden oder... Flohen mit dem Boot. Und es kam ein... Ja, eine raue See. So. Ich muss Tacos Wunden nähen. Okay, dann müssen wir Nähzeug organisieren. Aber erst möchte ich jetzt gerne das Buch holen. Das war hier, ne? Wie kommen wir denn... Ach, guck mal einen an. Das habe ich gar nicht gesehen beim letzten Mal. So blind laufe ich hier lang. Könnt ihr mal sehen. Hör. So. Vielleicht gibt es ja hier nicht nur... Nicht nur, äh... Ein Buch. Vielleicht gibt es ja hier mehrere. Man weiß es ja nicht. Hier kann man nämlich zum Beispiel auch runterklettern. Oder raufklettern. Ich werde mal gucken. Ist da vielleicht ein Buch am Liegen? Ne, oder? Mal lieber schauen. Okay. Sieht man von hier vielleicht irgendwas? Ich nehme mal das Fernglas. Ist man natürlich auch sehr intelligent jetzt so an der Wand das Fernglas zu benutzen. Und sie hört sich nicht sehr gut an oder nicht sehr gesund. Ach ja. Vielleicht kümmert sich dann unser Bruder so langsam dann um uns. Wenn wir dann so krank sind. Müssen wir da mal schauen. So. Sehr schön. Und weiter rum. Um den Turm. Um den Big Ben. Der Stadt. Hallo. Ich sehe nichts. Okay. Äh. Hä? Was bringt mir das denn? Gar nichts, oder was, ne? Toll. Ist einfach nur ein sinnloses Rohr. Der hat schon wieder Rohr gesagt. Ja, ich habe schon wieder Rohr gesagt. Ist ja mega lustig. So. Hallo. Bleib doch mal da oben. Jawohl. Sehr schön. Haben wir. Ja, Mann. 56 von 60. Jetzt gucke ich mal von hier, weil wir sind ja hier auch wieder auf so einem höheren Punkt. Boah, bitte lass uns noch ein Buch finden. Lass uns noch ein Buch finden. Hallo. Lass uns noch ein Buch finden. Ich würde gerne noch ein Buch finden. Okay. Das sieht sehr schwierig aus. Hier noch was. Aber wir haben ja schon so viele Sachen gefunden. Wo sind die letzten drei Bücher? Oder vier Bücher, beziehungsweise. Oder können wir mit dem Rohr jetzt runterrutschen einfach? Als Abkürzung? Wie? Jawohl. Sehr schön. Dann gehen wir mal hier runter. So. Schau mal eben. Ja, ich weiß. Dir geht's auch nicht gut. Tut mir auch leid. Aber wir müssen ja... Deinen Bruder retten. Den geht's ja auch nicht so besonders. Mein Gott, der Controller ist schon wieder irgendwie Banane. So. Ich gebe Gas und nichts tut sich. Naja, gut. So, mal eben auf die Karte geguckt. Tja. Wo müssen wir hin? Wo finden wir noch was? Überlebenspaket ist auf jeden Fall in die Richtung. Fahren wir mal in die Richtung. Ja. Du, ah, boah, alter, dieser Controller. Hui. Ich glaube da auf dem Gebäude, auf dem Hotel Wiles. Wildis. Wildis. Äh. Ja. Ja, das war irgendwie klar. Der Controller hat sich gerade irgendwie verabschiedet. Ich weiß nicht warum. Ich glaube nicht, dass der leer ist. Aber, ähm, ja. Gut, da muss ich gleich mal in der Pause mal gucken, was da los ist. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Aber ich möchte doch gerne noch eben das Überlebenspaket holen. Leer kann der eigentlich gar nicht sein. Oder? Muss ich gleich mal schauen. In der Pause. Weil eigentlich habe ich ihn immer, eigentlich lade ich ihn eigentlich immer regelmäßig auf vor den Aufnahmen. Also das wäre jetzt echt unangenehm, wenn jetzt auf einmal das heißen würde, äh, in der nächsten Folge. Ja, der Controller ist leer. Aber, ähm, ich kann ihm es schwer vorstellen. Aber das hatte ich schon mal, das hatte ich, das Problem hatte ich schon mal bei, äh, Rocket League. Da hatte ich auch immer so Soundaussetzer gehabt. Und der Controller spinnte da auch immer ein bisschen rum. Deswegen ist es jetzt nicht das erste Mal. Ich könnte natürlich jetzt vermuten, dass es vielleicht, dass der Controller vielleicht doch einen Weg hat, dass ich den doch umtauschen muss. Äh, da muss er schon wieder, äh, ich glaube, der, der, der Besitzer vom GameStop-Laden, wo ich ja den, den, äh, die PlayStation gekauft habe damals. Ähm, wo ich die PlayStation gekauft habe und halt den Controller ja dabei war. Ich glaube, bei dem war ich ja schon drei, vier Mal gewesen jetzt. Der wird mich, glaube ich, verfluchen. Der wird sagen, Alter, was machst du denn die ganze Zeit mit den Controllern? Äh, ich sag, ich mach gar nichts. Dreimal, nee, zweimal waren ja, glaube ich, die, 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 die Gummi-Isolierung ab von dem, äh, Control-Stick. Da funktionierte ja der, der, der Stick nicht mehr. Da war ja nur das Kunststoff da drunter. Und da ist man ja dann immer abgerutscht. Jetzt mittlerweile habe ich ja diese, diese, ähm, Noppen da drauf. Noppen. Und, äh, damit geht's ja eigentlich einigermaßen. Ja, und dann war einmal der Controller kaputt, ähm, ich weiß gar nicht, aber irgendeine Taste funktionierte nicht mehr. Also immer wieder Problemchen. Ich hoffe, ich kletter jetzt die ganze Zeit richtig. Ich quassel hier und quassel und quassel. Äh, okay. Aber ich glaube, das sieht richtig aus. Sah zumindest dann raus. Boah, wäre das unangenehm. Der Controller leer ist. Voll verpeilt. Voll verpeiltes Let's Play. So, von hier aus gucke ich nochmal mit dem Fernglas. Ganz in Ruhe nochmal. Ähm, ja, natürlich noch super, aber das ist auch ein bisschen diesig und das dunkler wird. Ich sehe aber auch verzweifelt nichts, sehe ich, ne? Das kann doch nicht sein. Uah, nein, bleib doch da oben. Naja. Nehmen wir mal das Überlebenspaket mit. Und dann schauen wir mal. Boah, wie wir aussehen. Das ist der Wahnsinn. Wir haben überall schon diese grünen Punkte und alles. Ja. Nadel und Garn haben wir gefunden und ich glaube, wir werden jetzt noch schlimmer aussehen. Wir haben jetzt, glaube ich, noch mehr Punkte, noch mehr Grün, noch mehr... Vielleicht verwandeln wir uns auch in, ja, so ein Ungeheuer, so ein Tier, so ein Lebewesen, eine Kreatur, man weiß es nicht. Und mein Gott. Oh, sie ist ein wenig am Schwanken. Tja, dann schauen wir mal, was wir jetzt für Taco besorgen müssen. Unwetter. Sie schwammen weiter mit dem Boot und erreichen, ja, die Stadt, in der wir jetzt gerade sind. Ähm. Äh. Höh. Die haben ja gar keine Gesichter. Ähm. Ich muss Tacos Infektion aufhalten. Ja, das müssen wir tun. Und, ähm. Alter, die haben gar keine Gesichter. Die sind so hässlich. Ja, ich würde sagen, das mit den Tacos Infektionen, das werden wir in der nächsten Folge machen, da ich ja, wie ich ja schon sagte, wie gesagt, mit dem Controller so arke Probleme habe. Deswegen werde ich da mal versuchen, das irgendwie rauszufixen und zu gucken, ob das vielleicht doch am Controller liegt, ob der vielleicht doch leer ist. Ich glaube zwar nicht, aber, naja. Gut, ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Alter, war das jetzt spannend. Noch zum Ende hin. Und dann werden wir, denke ich mal, noch ein paar weitere Kisten sammeln und, ja, ihr geht's nicht gut. Ich hoffe natürlich, dass alles wieder zum Guten wird. Und, ja, ich hoffe mal, dass ihr dann wieder einschaltet. Wir sehen uns dann, ja, beim nächsten Mal bei Submatch. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.